Willkommen, ich zeige Ihnen heute was ganz besonderes und zwar die Liege Joanna von Koinor in Neckleder. In echtem Neckleder, ja was ist das für eine Farbe? Dunkelbraun würde ich sagen. Also das Leder ist erstmal die Wucht und die Liege sowieso. Die Liege ist bekannt unter dem Namen Jonas in normalem Leder und Joanna ist die Edelvariante davon im Neckleder. Das Neckleder ist 2,6 mm stark, wird heruntergeschärft, damit es genäht werden kann. Ist was wirklich ganz besonderes, wird auch noch in 20 Jahren toll aussehen. Die Liege ist elektrisch, verstellbar das Fußteil, verstellbar der Rücken, ja vier Knöpfe. Sie sehen kein Kabel, weil es keines gibt. Es gibt schon eins, aber das Kabel macht man nur ran, alle vier bis sechs Wochen zum Laden. Hier ist ein Magnet drin, so kann man es sich richten, wie man will. Mehr Bequemlichkeit geht nicht, ein besseres Leder geht nicht, eine schickere Form geht nicht. Joanna, ein Stück für Sie. Ich würde doch sagen, ja, Dankeschön und Tschüss. Ach ja, ein Schnäppchen ist Joanna natürlich auch. Ciao. Ciao.